Der Obatzte hat seinen Namen von dem schönen alten bayerischen Wort Barz. Einen Barz machen die Kinder nach einem Gewitterregen aus Erde und lassen ihn genussvoll zwischen den Zehen nach oben streichen. Das Grundmaterial ist der Weinstephaner Camembert. Schön alt muss er sein und so richtig weich. Wichtig ist, dass er gründlich zerquetscht wird. Die Zutaten zur Herstellung des Obatzten sind fast bescheiden. Frische Butter, je mehr, desto besser. Pfeffer und Salz, Paprika nicht zu vergessen. Dann natürlich klein gehackte Zwiebeln. Denn welche herzhafte Speise kommt schon ohne Zwiebeln aus? Weil es der Obatzte scheinbar nicht erwarten kann, bis er mit einem herrlichen kalten Bier der unentbehrlichen anderen Hälfte dieser Gaumenfreude zusammenkommt, kriegt er jetzt schon einige Tropfen mit auf den Weg. Er eignet sich gleichermaßen gut als Katerfrühstück wie als Mitternachtsimbiss an langen Kneipabenden. Dick muss er aufs Brot gestrichen werden. Dann schmeckt er erst richtig.